ja da was geht ab und wir gehen heute endlich mal wieder auf dem video auf diesem kanal willkommen im jahr 2022 und natürlich ist auch heute wieder hoffentlich was lustiges beim hungrigen hugo dabei los geht's mir gerne den channel kostenlos und schaut auch immer gerne auf instagram und links in dem alle unten in der bio und wir starten los der büter hat er den kompletten anzug aus spielzeug teppichen oh mein gott die waren so cool ihr habt ihr damals safe auch gezeigt ich bin mir so sicher das war das gta ja unserer zeit unserer vorzeit was läuft willkommen zum nächsten video was geht es denn hier die körpergröße hat er nicht irgendwie gesagt 1 90 oder so was was geht es hier um die höhe und die körpergröße er schafft es niemals im leben niemals im leben schafft er dass ich kann mir das schon so bildlich vorstellen okay das schaffe ich und ich gleich fünfer tics ja das war's ich bin jetzt live mit meinem silvester live stream der war zu silvester live da war das komplette silvester live okay das hätte ich nicht gemacht aber das erklärt dann auch sein anzug hat es echt leute gegeben die ihn den kompletten silvester abend begleitet haben das kann ich mich vorstellen ich habe ja voll diesen tourette disclaimer vergessen nicht tourette sondern diesen epilepsie disclaimer den man am anfang von videospielen und sowas hat jetzt habe ich das vergessen jetzt werde ich verklagt auf 100 milliarden euro diese taschenlampe wird heute leer gehen ja alter Alter, das Feuerwerk hat sich dann doch angeguckt. Ja, ein Verbot schon, aber das Ding ist halt, man hat es ja irgendwie, wenn man es noch vielleicht vom Vorjahr hatte, hat man es ja theoretisch zünden dürfen, vom Privatgrundstück aus, also ich glaube, da war man eh auf der selben Seite und ich glaube, man kann es eigentlich nicht verbieten, also irgendwo bekommst du die Leute sowieso immer her. Ja, gefühlt war es bei uns auch überall so. Alter, was war das gewesen? Ab in Knast! Ui, ein Zapp! Ui, Memo! Ähm, warte kurz, ich bin ja auf Twitch, da muss ich mich anpassen. Ah, 100 Zappgift? Kuss, Bruder! Falls es immer noch irgendjemand nicht fit bekommen hat, wir sind jetzt wieder dauerhaft auf Twitch. Das bedeutet... Besser ist es! Das war aber auch... Das hat aber auch hundertprozentig gepasst, muss man sagen. Vollmeister! Alles klar? Ja. 100 Euro, wenn wir die Runde gewinnen? Nein. Wieso nicht? Darum nicht. Möchtest du eine Runde mit mir spielen oder soll ich rausgehen? Ja, das ist gut. Keine 100 Euro kann ich winnen? Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? immer weirder. Ja, das ist geil. Oh mein Gott, gleich passiert was. Oh mein Gott, gleich passiert was. Oh nein. Wow, bist du narrisch, Alter. Das sieht ja mal ordentlich aus. Ist er weggeflogen? Ah, das wird ja die Maus fallen lassen. Ich bin wirklich für alle offen, ob es jetzt mal ein Elotrix ist, ob es mal, vielleicht auch mal in Zukunft ein Monte. Also ich kann es mir nicht so gut vorstellen, Monte auf Minecraft-Star. Ich bin einfach ein Eichhönchen. Ihr könnt auch noch sehr gerne andere Streamer oder YouTuber fragen, ob die Bock hätten zu fighten. Leute, Leute mit Reichweite. Leute aus unserer Bubble, die wir kennen oder irgendwie sowas. Hier sind die ersten zwei Bewerber. Ich sag dir auch, wie meine Bewegungen werden. Alter, nein. Das wäre schon krass. Das wäre so links, so ein kleiner Jab, so weißt du, so ganz gespannt. So, aber jetzt, jetzt passt auf, jetzt kommt kurz mein Finisher-Move, den ich beim Box-Event bringen möchte. Genau, also in diesem Sinne, denke ich mal, dass ich für das Box-Event auf jeden Fall bereit bin. Welches Box-Event? Oh mein Gott, kippt das auf. Ich meine jetzt wirklich ernst, wenn ich jemals auf Geform-P-Spielte, Bruder, tausend Sub-Gifts an meiner Kommission. Tausend. Zehntausend. Ähm, ich spiele nur drauf, weil ich jetzt fünf Tage Band auf Family Life habe, weil ich OOC getriggert war. Entschulden sind Ehrenschulden, mein Freund. Und danke an euch, dass ihr das finanziert mit eurem Rundfunkbeitrag. Also, ich, äh, zahle hier gar nix. Rundfunkbeitrag, Omega-Lul. Geht mit mir gemeinsam jetzt in Hetlitzschrein. Ihr seid noch nie geflogen, ihr habt noch nie den Flughafen gesehen, gönnt euch meine Stirn. Zu geil. Schade. Alter, das ist, ist das Rude? Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Die Camper. Trasius, ja. Wie geil, ist der Valorant geschlossen? Ja, hat er da Papa Platte-Merch an? Was ist das denn? Hä? Philipp Lein. Ich finde, also, ich finde auch Philipp Lein, die Marke an sich. Weiß nicht. Ey, was? Die Impfung ist in meinen Augen nichts anderes als die Herstellung von maximaler Superspreader. Das Ding macht ja nicht mal, dass du es nicht bekommst. Ich fühle mich nicht so weit dafür. Ja, also, dass du dich da nicht so weit für fühlst, ist in Ordnung. Vielleicht fühlt sich aber nochmal so weit, deinen Hauptschirpschluss nachzuholen. Die Kohle ist so safe weg. Die Kohle ist so safe weg. Hoffentlich hat es euch gefallen. Das war, naja, okay. Ich glaube, man kann besser rein starten. Ich glaube, man kann schlechter rein starten. Vielen Dank für's Zuchoo�. I'm going to go. I don't want no fake love. I want the real stuff. Everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you how to pass. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Das war's für heute.